E.T.M. Champion gegen 24 Stunden Rekordsieger. Führungswechsel schon. Das wollen wir mal ganz klar festhalten. Die sind von 7 jetzt schon mal auf 1 vorgefahren. Kansationell. Also 24 Stunden sind lang, aber das ist hier schon mal wieder ein Spendtreffer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020